Hier ist das Filmische Allerlei. Ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das zehn Hörner und sieben Köpfe hatte, und auf seinen Hörnern zehn Diademe, und auf seinen Köpfen Namen der Lästerung. Was verschweigen Sie mir? Er wird wieder und wieder töten. Ich weiß, du hast keine Angst vor ein bisschen Dunkelheit. Denn du bist die Dunkelheit. Sprichst du noch deine Gebete? Nein, mach ich nicht. Sie machen mir Angst. Hallo? Du hättest lieb zu mir sein können. Warst du aber nicht. Und genau das hat jetzt zu all dem geführt. Ich werde warten. Warten. Im Rahmen der Verfolgung eines Serienbörders stößt eine FBI-Agentin auf eine Reihe von verborgenen Hinweisen, die es zu lösen gilt, um der schrecklichen Mordserie ein Ende zu setzen. Long Legs, über den ja relativ viel schon gesprochen wurde und eine gute Werbekampagne um diesen Film gelaufen ist, wie dass man zum Beispiel Nicolas Cage als Long Legs so gut wie nicht sieht. Also wie er in diesem Film aussieht und das alles sehr verborgen gehalten wird. Und dann fand ich sehr spannend, dass Maika Monroe, die Hauptdarstellerin, als Rolle Lee Harker, ein Mikrofon ans Herz bekommen hat, als sie ihre erste Szene mit Nicolas Cage gespielt hat. Und sie ja nicht wusste, wie er aussieht und das extra so gemacht wurde, dass ihr Puls hoch schoss. Und diese Aufnahme des hohen Pulses haben sie dann für den Trailer genommen. Finde ich eine ziemlich coole Aktion. Auf jeden Fall ist es so, dass Lee Harker ist eine recht junge FBI-Agentin und hat aber ein gutes Gefühl und Talent, Long Legs zu verstehen. Und ihn, naja, nicht wirklich einschätzen zu können, aber ein bisschen zu wissen, mehr als andere, was seine Beweggründe sind und wo es so ein bisschen hingeht. Das Problem ist, ich möchte über diesen Film gar nicht so viel erzählen, weil das ist schon etwas, was man einfach gesehen haben sollte. Weil diese ganze Entwicklung der Geschichte und wo es hingeht und wie die Zusammenhänge sind, sind halt echt spannend. Ich finde interessant, dass Nicolas Cage tatsächlich Screentime-technisch gefühlt fast keine Rolle spielt. Der mag, also gefühlt sind es gar nicht so viele Minuten, vielleicht 15 insgesamt, wo man ihn sieht. Was er als männlicher Hauptdarsteller, also theoretisch nicht wirklich als Hauptdarsteller, weil er die tragende Figur des Films ist, Long Legs so. Aber im Endeffekt spielt er tatsächlich nicht die Hauptrolle. Aber ich muss ja sagen, ich als langsam doch immer mehr Nicolas Cage-Fan werdende junge Dame, muss sagen, dass ich das, was er hier macht, wirklich beeindruckend finde. Die Art und Weise, ich habe mich so sehr vor ihm gegruselt. Nicht mal richtig Angst, aber es gibt so, also gerade ein Moment, da passiert gar nichts Schlimmes oder irgendwas mit ihm ja so oder so nicht. Aber da läuft es mir tatsächlich so dermaßen eiskalt den Rücken runter, das war krass. Also wirklich das, oh mein, uh, haha, ich kriege schon eine Gänsehaut, weil ich das so, hm. Ich finde auch, dass Micah Monroe hier wirklich interessant spielt, also und gut spielt. Ich mag ihre Art, ich mag ihr, die ist so eigen und das gefällt mir extrem gut in ihrer Darstellung und wie sich das entwickelt und ähnliches. Dann haben wir noch Agent Carter gespielt von Blair Underwood, mit dem sie so zusammenarbeitet. Und dann gibt es noch Ruth Harker von Alicia Wood gespielt, das ist ihre Mutter, die spielt dann später auch noch eine Rolle. Ja, also das ist, also ich muss sagen, ich hatte die ganze Zeit so ein beklemmendes Gefühl, als ich im Kino saß. Auf dieser riesen Leinwand, diese Bilder, dann passiert nicht viel in dem Film. Also jetzt keine Action-Szenen oder sonst irgendwas, sondern es ist sehr ruhig erzählt. Und es steigert sich halt immer mehr, weil wir ja mehr dahin kommen, worum es geht. Und zu dem, zu ihrem Gegenspieler, wenn man so will, Long Legs. Und das ist, ich habe dabei so gerne zugeguckt und ich mochte dieses mulmige Gefühl, was ich hatte. Diese ganze Zeit leichte Anspannung. Ich würde das ja auch, auch wenn es so ein bisschen als Horrorfilm gilt, tatsächlich, ich würde das ja den exquisiten Psycho-Thriller nennen. Und das ist ja genau das, was ich liebe. Und das macht der, der kriegt eine 8,5 von 10 von mir. Ich mochte den wirklich total gern. Auch diese, 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 vieles sieht so neutral aus. Also die Bilder sind jetzt nicht weich gezeichnet. Es sind keine warme, es ist alles sehr kalt und sehr clean. Also es ist alles so, ja, fand ich super. Es passt so gut zu dieser Geschichte und dem Ganzen. Also der ist schon, also ich finde gut, dass, also es ist natürlich immer schwierig, wenn so ein Film so, so Vorschusslorbeeren kriegt und die Leute so gespannt sind, weil das kann halt auch voll nach hinten losgehen. War es hier aber tatsächlich für mich nicht. Also hier habe ich bekommen, was ich mir erhofft habe, muss ich sagen. Ähm, der hat eine FSK 16, starte, äh, hat 101 Minuten ist die Lauflänge und startet am 01.08.24. Also, wer auf Psychoswilder steht, wer auf Nicolas Cage steht, wer, ähm, das war auch ein bisschen Horrorfilme, aber wer so, so einen bedrückenden, eine bedrückende Atmosphäre mag und solche Filme. Und einen echt guten Nicolas Cage und eine wirklich sehr gute Micah, ähm, Monroe, der sollte unbedingt ins Kino sehen. Also guckt den bitte, bitte in groß, weil dieses, diese Atmosphäre mit einem lauten Sound und einer großen Leinwand überträgt sich unglaublich. Und das macht in groß, glaube ich, sehr viel mehr Spaß und sehr viel mehr Bedrückung aus. Ähm, also deswegen würde ich unbedingt, unbedingt empfehlen, dafür definitiv ins Kino zu gehen. Regie hat geführt aus, äh, Perkins, der ist so ein bisschen in diesem Horrorfilmbereich unterwegs, hat die Tochter des Teufels gemacht oder Gretel und Hansel. Ich habe davon nichts gesehen, wobei ich Gretel und Hansel tatsächlich empfohlen bekommen habe. Vielleicht schaffe ich es mal, den zu gucken. Ähm, genau, also der, aber der ist, der macht auch tatsächlich, also ich freue mich, dass ich jetzt tatsächlich in letzter Zeit, so letzten Jahr, ähm, jetzt immer wieder so Horror, Psychoswilder, Filmebereich habe, die tatsächlich echt gut sind. Und das macht mir sehr viel Spaß und freut mich, dass sich da ein bisschen herangetraut wird, äh, andere Wege zu gehen. Ähm, ja, also geht dafür auf jeden Fall bitte, bitte ins Kino. Das ist fantastisch, dort den zu sehen. Und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß.